Was glaubst du hier? Der Grund der Jeansjacke ist, dass die alles beherbergt, wozu ich zum Leben fähig bin. Mein Name ist Josef Mittelmeier. Ich arbeite seit 1989 im Institut für Bildende Kunst und Ästhetische Erziehung und betreue die Abteilung der Malerei zusammen mit meinen Kollegen. Das Projekt Kunsthilft Technik bewirkt, dass die Studierenden hier in erster Linie aufgefordert sind, etwas malerisch zu schaffen, was fotografisch nicht zu leisten ist. Das Motto war Gemeinschaft und ich glaube, damit hat man den Nerv der Gesellschaft getroffen, weil das momentan jeder spürt, wie wichtig so kleine soziale Kontakte sind. Das war auch schwerer dadurch, weil es halt auch so vieles möglich war. Aber ich fand es schon sehr interessant, sich auch mal damit auseinanderzusetzen, was ist für eine gelungene Gemeinschaft. Ich habe mich und meine Freunde gemalt und ich habe einfach sozusagen so Stücke aus Erinnerungen so ein bisschen zusammengefügt in dem Bild. Zu den Blumen, die dann wieder einem natürlich das Blickfeld auf die Menschenmenge erschließen. Und das ist eine ganz interessante Blickführung. Deswegen habe ich auch dieses Bild gewählt als etwas, das neben mir hängt, weil ich finde es voll geil. Das hat bei mir super lange gedauert, bis ich überhaupt eine Bildidee hatte, mit der ich irgendwie, wo ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt ein Bild von dieser Größe malen. Ich fand das Thema dieses Jahr ein bisschen schwerer als sonst, weil es mehr ungelungenere Gemeinschaften gibt tatsächlich auf der Welt zurzeit als gelungene. Ich finde auch einfach toll, dass das AVL-Projekt mit uns zusammen gemacht wird, weil das, also ich kenne überhaupt kein vergleichbares Projekt. Ich habe noch nie so einen Projektpartner gehabt wie ein Georg Schwab, noch nie. Das ist der Traum. Also wenn man da mitmacht, dann ist halt das Ziel immer Kalender eigentlich, weil das halt, dann wird man irgendwie noch ein bisschen mehr hervorgehoben. Weil Kunst einfach verbindet und man darüber in einem, dadurch in einen Diskurs kommt und sich austauschen kann. Der Anreiz ist natürlich auch da, weil man von AVL unterstützt wird von Anfang an. Wenn Sie so ein Kunstwerk vor sich haben, ist es ein ganz tolles Gefühl. Man sieht, wenn man viel Energie in irgendeine Sache steckt, dann kommt auch was Tolles raus. Wir machen das Projekt, weil wir überzeugt sind, dass das Projekt erstens Spaß macht, zweitens unseren Leuten viele neue Gedankenanstöße geben wird und wir auch sehen, dass das für die Künstlerinnen und Künstler genauso gilt. Wir müssen bewusst positiv gegensteuern und da wird die Vernissage sicherlich einen Beitrag leisten. dr. hypergleichens kframe z. let